Wie sieht das eigentlich aus, wenn zwei Menschen von einem Schloss weggepustet werden, in dem ein Eismonster haust? Ich nehme mal an, da ist ganz viel Energie dahinter, ganz viel Druck, es gibt eine Riesenladung Schnee und Menschen fliegen durch die Luft. Und genau das drehen wir heute. Zuerst machen es die echten Könner, die Stuntleute, Katja und ihre Leute machen das und anschließend dürfen Meile und ich so tun, als ob. Und so sieht es aus. Fünf, vier, drei, zwei, eins, go! Cut! Was haben wir hier zu suchen? Wir dachten, sie brauchen unsere Hilfe. Alles bestens! Hugo ist da bereit! Hugo! Alles bestens!